Wir werden heute West Hunt spielen. Ein Spiel, wo es Banditen und Sheriffs gibt. Die Sheriffs müssen die Banditen passen. Die Banditen müssen die Aufgaben erfüllen. Eigentlich ziemlich simpel, wenn ihr zuschaut, wenn ihr das auf jeden Fall versteht. Heute mit dabei, Fufu, Gnu und Paluten. Und ich würde sagen, wir fangen an. Also einfach nichts Hass sein. Oh, hi Gnu. Einfach nichts Hass sein. Super simpel. Aber ich habe Paluten. Paluten, das ist keiner. Das ist keiner. Ja, ja, das stimmt. Paluten, falls du jemanden erschießt, bist du draußen. Ja, das dachte ich mir schon. Das dachte ich mir schon. Alles gut, ihr schafft das. Oh ja. Okay. Warum? Nicht den Indian abschießen. Der ist ganz lieb. Oh, der Hund hat die Pferde. Komm, mein Hund findet jetzt Maxi. Ach, du hast sogar einen Hund. Ah ja, okay. Ja, klar. Er riecht eine Windel von 500 Kilometern. Ja, die ist voll. Woher weiß er das? Hier machen zwei Leute die gleiche Aufgabe. Ich folge den beiden mal. Ja, folge den beiden mal, Fufu. Alles gut. Okay, einer von denen, wo ich hier... Ich bin in den beiden drin. Ja, warte, lass mich erschießen einen von den beiden. Einer von den beiden ist es. Ja, der Linke. Okay. Kann ich... Nein! Oh, ist es... Ja! Nein! No! Mann, warum war das jetzt so offensichtlich? War ich so offensichtlich angezogen? No! Daniel Santa Claus. Nein! Endlich geschenkt er. Oh nein! Der Weihnachtsmannkampf. Oh mein Gott! Und genug für dich. Die NPCs machen keine Aufgaben. Du darfst nicht Aufgaben mit NPCs zusammen machen. Ah, okay. Gut zu wissen. Es hat wehgetan. Ich sag mal so, ich hab Gnus Ermordung komplett mitgesehen. Also ich hab mir alles angeguckt. Das ist wahrscheinlich die andere Person. Ja, der weiß auch. Ihr hattet eine hundertprozentige Chance, jemanden abzuschließen. Nur ist es mir leid. Aber ich versuch, das irgendwie zu regeln. Ich hab noch drei Minuten Zeit und ich muss noch 100.000 Aufgaben machen. Das ist schon wieder eine Fährte. Maxi zieht sich gerade aus. Ich hab gar nichts. Er macht ja nichts. Doch, ich mach die ganze Zeit was. Er hat gleich schon verloren. Das ist natürlich scheiße. Aber Maxi würde wahrscheinlich nicht rauskommen so. Du würdest hinten rumrennen, damit dich keiner sieht. Weil du Angst hast. Was? Ich? Nein, Quatsch. Hä? 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 Oh, bitte erschieß mich nicht, Wubo. Bitte erschieß mich nicht. Wubo, bitte tu es nicht. Okay, ich bin ziemlich sicher. Oh, ich hab Angst. Ich dürste das. Ich will jemanden erschießen. Einfach so rein und so BAM. Wubo schießwütig. Ich höre jedes Mal, wenn du die Waffe zurückst. Ja, ich höre auch die ganze Waffe. Ich höre auch die ganze Waffe ein bisschen höher. Hallo, ist auch hier. Das hätte mir niemand erzählen dürfen. Aber ich sehe, wo du bist. Ich kann genau sehen, wo du bist. Also, Gnu, ich werde nichts sagen. Ich finde, du machst das echt gut. Aber ich hab Angst. Pass auf, der Bandit hat nur noch zwei Missionen. Okay, jetzt schieß einfach irgendjemanden. Ich, ich. Hast du einen Verdacht? Ich hab gar keinen Verdacht. Hast du einen Verdacht von Luten? Ja, dann ist... Du findest ihn. Ja. Schieß! Ja, das war der Falsche. Ich hab das Kind auch gesehen. Ich hab zu gut für den Falschen abgeschossen, Hass. Aber schon echt schwer für die Sheriffs, ne? Ja, das ist sehr schwer. Magst du einen Hinweis? Ein Hinweis, ein Hinweis. Also, guck mal. Das Ding ist, Bekanntheitsgrad ist gerade komplett voll. Wir dürfen das nicht vergessen, okay? Für die sollte es eigentlich relativ okay sein. Wenn du einen Tipp haben willst, Fufu, ich hab einen Hut auf. Ich trage eine Jacke, die ist farblich braun. Ähm... Ja. Ich trage auch ein Hemd, was grün ist, eine graue Hose und... Du hast Paluten traurig gemacht. Der weint hier. Also, ich meine, wenn ich das jetzt mache, dann hab ich gewonnen. Ja, tu es, tu es, tu es! Röchle meinen Tod! Komm, Maxi, jetzt sei nicht so schüchtern. Tu es einfach. Mach's eh nicht. Ich will doch ganz kurz Paluten angucken. Ich will's gerade richtig schön knapp und spannend machen. Ja, weißt du... Ich geh da mal, Fufu. Tschüss. Mann, Fufu! Ich glaube... So ein Zylinderträger... Na, wo stehst du denn an? Ich wollte gerade sagen, wo ich bin. Egal, wie hast du geschah. Easy, Gnu. Palu, guck mal. Guck mal, wen wir an der Seite haben. Siehst du das hinter mir? Das ist Quackidi Quack. Der ist Sheriff seit 15 Jahren. Der findet die sofort. Verstehst du? Ich glaube, er versteht's nicht. Nee, ich glaube nicht. Alle haben irgendwas an den Ohren heute. Das ist ganz komisch. Ist was passiert, Paluten? Das heißt, wir müssen gucken, wer da in der Nähe war und merken uns einfach das Aussehen von den Leuten. Das ist easy. Wo ist der Brunnen? Der war hier, aber das ist schon gefühlt nach halben... Okay. Nein, 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 ist der nicht. Doch, der da vorne war, ich hab's hier noch gesehen. Guck mal, der macht doch nichts... Der geht doch wieder zum Brunnen. Als ob jemand von denen so dumm ist, ein zweimal zum Brunnen geht. Das ergibt gar keinen... Paluten... Das ist... Nein, Paluten, bitte. Guck, wir haben einen neuen Brief. Wir haben einen neuen Brief. Wir gehen jetzt zum Briefen. Komm, jetzt folgt mir. Der Brief ist, dass wieder Brunnenwasser vergiftet wird. Ich sag's dir. Das wär alles richtig. Bleib bei ihm dran, okay? Ja, ich bin sein Schad. Guck mal, ich mach jetzt den Brief auf und dann steht da das... Der Bandit hat mit einem Mädchen geflirtet. Mit dem Brunnen geflirtet. Ja, mit dem Brunnen. Das heißt, die Person ist wahrscheinlich vorne rausgegangen. Wahrscheinlich blonde Haare, weißer Hut vielleicht oder ein Indianer. Ja, hier, der hier. Sieh, warte. Ja, ich denk der hier ist. Nein, 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 der ist es nicht. Warte, der ist es nicht. Ich hab eins in eins zusammengezählt und es war definitiv der. Der Bandit hat das Reisegepäck stehen. Stehen. Ja, da steht er. Der Bandit hat das Reisegepäck stehen. Was ist das jetzt so? Das war hier hinten, ne? Wen soll ich erschießen? Hä, willst du es? Du hast so viele, auf so viele gezielt. Ich hab auf nicht einen einzigen gezielt. Das ist Paluten. Nein. Ey, wir kriegen so viele Paluten. Achte jetzt ganz kurz auf die Briefe und was da steht. Wir können das schaffen. Siehst du, auf der Karte, wo du hin musst? Ich kann meine Karte nicht. Du, du machst das so gut. Ich hab grad richtig Panik. Aufhören, das bedeutet, die Person hier ist es. Die Person schießt mir nicht. Paluten. Ja, Mann, unschuldiger. Schade. Haha, das schaff ich doch niemals. Ich muss ganz kurz. Ich kann meine Karte nicht öffnen. Ganz kurz keine Aufgaben machen. Das fände ich fair. Tut mir leid. Karte ist das K? So, Karte ist jetzt auf eins. Hallo. Hallo, drei Briefe. Fünf Briefe. Fünf. Ich wollte mich doch verarschen. Die sind doch gar nicht mehr aktuell. Warte, hier drinnen war jemand. Hier ist auch jemand. Warte. Du bist es. Nein. Warte kurz, warte kurz, warte kurz. Stehen bleiben. Ihr bleibt jetzt alle stehen. Fufo bleibt stehen. Okay. Okay. Oh, no. Was? Die Person ist stehen geblieben. Oh. Das ist das Spiel. Ei, 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 ei. Die Person ist stehen geblieben. Was soll ich denn machen? Hast du, warst du ja auch nicht viel besser als ich. Ja, ach. Okay, ich sehe den Weihnachtsmann. Und ich sehe Gnu. Ich kann bei... Und ich sehe Paluten. Ich sehe einfach alles gerade von hier oben. Nee, aber wir können schneller gehen als wir. Mhm. Okay. Sas. Aber okay. Sas, aber okay. Also, bei mir war es gerade. Ich habe was gemacht. Und plötzlich kommt da der NPC. Und hat auch... Hat das Gleiche gemacht wie ich. Nein. Der war wirklich. Ja, ich dachte, das geht nicht. Ich habe als Erster angefangen. Das ist halt gefährlich, ne? Weil die auf einmal auch die... Aufgabe machen. Hallo, Paluten. Nein. Ich merke, Fufu ist halt hochkonzentriert gerade. Ich auch, weil ich überhaupt nicht... Ich sehe einen Schweden in den NPC. Was? Ja, das solltest du eigentlich nicht sehen. Nicht beendete Aufgabe, tanzen. Aha. Unbeendete Aufgabe. Sag mal, Paluten, fängst du Aufgaben an und bringst sie nicht zu Ende? Auch. Sicher? Ja, warum? Paluten trägst du gerne Corsagen? Manchmal, ja. Paluten, wenn ich du wäre, würde ich jetzt schnell gleich einfach deine Fähigkeit anwenden. Ich muss genau hinter dir. Fängst du heute auch eine? Weiß ich nicht. Du bleibst mal stehen. Ja. Okay, warte. Ich versuche es. Drei, zwei, eins. Äh, äh, nee, alles gut genug. Du kannst dich wieder bewegen. Ich wollte nur was testen. Ist dir nichts aufgefallen gerade? Nochmal, teste nochmal. Ist dir nichts aufgefallen? Nein. Ich habe vorher die ganz kurz getanzt gerade. Nee, habe ich nicht gesehen. Magst du es nochmal machen? Ich erzähle gerade den, den, äh, oben. Hinter dir, oben. Hinter dir, oben. Auf der Treppe. Was ist da? Da. Scha-bum. Mann, du Schwein. Oh mein Gott. Ich bin so tot. Mann, du bist so ein Schwein. Palle, bitte. Ja, ich habe mich richtig getroffen. Palle, noch eine Aufgabe. Hast du es geschafft? Palle trägt ein Kleid. Er hat das zwickt. Vielleicht hat er auch gelogen. Nein, ich glaube nicht. Das hat sich schon sehr authentisch angehört. Palle, du bist echt ein guter Lügner. Ich bin nicht sicher, ob er die Corsage heute anhat oder ob es ein langes Kleid ist. Wir sind beide nicht in der Nähe. Ich gebe euch den Tipp, ihr seid in der Nähe. Ihr geht jetzt wirklich, wirklich gerade falsch. Ich habe einen Schock. Paluten macht jetzt die letzte Aufgabe. Anna, Bombe. Paluten, ist Anna an der Bombe dran. Oh nein. Nein, vier. Die andere Seite. Anna, Bombe. Da sind sogar zwei in einer Aufgabe. Paluten. Ich weiß nicht, wo. Du bist weggegangen. Er hat doch gesagt, du bist weggegangen. Was war denn die Ente da? Das ist unsere Ente. Die gehört zum Team. Ernsthaft? Das ist wie gesagt, die ist bei uns. Kann man die abknallen? Es sind zwei Briefe. Okay, ein Brief sagt, dass beim anderen Brief er ist. Da war einer in der Nähe. Bei dem Brief. Das hat aber niemand mitbekommen. Nee, leider. Ach, hast du Teleportieren gemacht? Ja, er hat dich genau vor deinen Augen teleponiert. Echt jetzt? Ich habe auf die Aufgaben geguckt und auf die Karte. Mann, ich finde das ganz schön schwierig. Könnte man Aufgaben machen? Irgendwann Infos. Was war das? Warte mal ganz kurz. Hier waren fünf Leute. Ich habe was abbekommen. Rotes Hemd. Indianer. Und noch ein Indianer. Okay, Gloo. Ich bleibe jetzt ganz kurz bei drei Leuten dran. Okay? Ich habe hier so einen Verdacht. Paluten, weil ich gerade sehr stehe, ich habe das Gefühl, er war der Indianer, der auf provokant sein Kamehameha in mich reinmachen wollte. Kann das sein? Hier hat jemand eine Aufgabe gemacht. Komm, die Karte sind zweieinhalb Indianer vor mir und hier war einer in der Nähe. Ich habe mich volle Kanne in deine Fresse teleportiert. Echt jetzt? Oh mein Gott. Niemals. Und dass du, ich dachte eigentlich, dass du jetzt die Waffe zügst und mich abballerst. Ja. Nein, das war so ein schöniger. Nein, ich war mir so sicher gerade. Du, du schaffst das. Alles gut. Ich war mir so sicher. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. So, hat geangelt. Das kann ja nur da hinten sein. Achte darauf, wer da rauskommt. Ja, der hier. Der rote, ne? Ja. Der war eben, glaube ich, auszast. Ich bin mir aber nicht sicher. Warte. Ja! Ich wusste jetzt, wo du so was hast. Es war aber echt gut ruhig geblieben, ey. Ich hätte da, glaube ich, gezuckt. Oh, geil. Okay, also. Da war gerade jemand angeln, ne? Eins gegen eins. Du schaffst das. So, hier steht. Der hat die Wache gestört. Da hinten ist die Wache. Wo sind die Wachen? Tut mir leid, dass ich die Wache gestört habe. Auf der anderen Seite. Rechts oben. Rechts oben. Da ist die Wache eigentlich. Mein Bauchgefühl sagt, der Gelbe, weil der stand ganz kurz bei mir gerade. Ne, Fufu? Ne? Aber welches war? Warte nicht. Oh, no. Nein, das war... Das war die innen gelb. Gelb war richtig. Oh. Nein. GG. Holy. Ja. Aber das Spiel ist cool. So, okay, Leute. Das war es mit Westran. Wenn ihr noch mehr davon seht, werdet ihr das gerne da oben und ein Abo da. Schaut bei jedem vorbei. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.